So, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und das ist jetzt das Kern des Spiels tatsächlich, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, so sieht das tatsächlich das Gameplay aus. Das ist das Gepläne, aber es ist es Ihnen eine bestimmte Linderwege, und es ist es für einen Linderwege. Es ist kein Linderwege, es ist kein Linderwege, es ist kein Linderwege. Es ist kein Linderwege, oder? Das ist es nicht das Linderwege, das ist es ein Linderwege. Also, ich bin wegen der Linderwege, aber es ist ein Linderwege. Ja, wir müssen kurz nachdenken. Ja! Was ist das, Masato? Ich bin eigentlich, ich weiß, was dieses Spiel. Ja. Wenn man diese Sachen anschließt, dann kann man es klar werden. Ich muss mich nicht bemerken. Ich glaube. Ich habe das Gefühl. Ich habe ihn in den Abstand, die ich gerne in den Abstand gehen wollte. Ich habe auch in den Abstand ein Spiel gemacht. Ich habe schon gehört, dass du mir gesagt hast. Ich dachte, dass du jetzt nicht soid. Ich habe gehört, dass du nicht soid aus dem Fall, aber ich habe gebildert, dass du mein Geist aufzuhören. Ich habe die Belegung gemacht. Los geht's los. Ah ja, Boss. Erstens. Mal schauen, dass du das Haus einst. Das ist nur ein Wimmelbildspieler. Das ist nicht so. unsere aufgabe ist es kommt manche zu finden hat es mehrere levels also ich habe mich hier ein bisschen mit dem cursor um das sieht aus wie eine platte 1 gedrückt halten Was ist jetzt? Es gibt noch nicht die Zeit. Es gibt noch nicht die Zeit. Ich habe das ganze Haus gefunden. Es gibt eine dritte, also wir gehen. Lina, wo ist die dritte und die dritte? Wo ist die dritte? Okay. Ich wähle mich. Die werden auf jeden Fall mein Freund sein. Spieler, die sich auf der Story konzentrieren möchten, können beim Rätsellösen, Gebrauch und den vorbereiteten Hinweisen machen. Bei jedem Rätsel gibt es drei Hinweise von 1 bis 3 nummeriert, die du dir anhören kannst. Du kannst die Hinweise so oft abspielen, wie du möchtest, bis du das Rätsel gelöst hast. Dir wird kein Schaden zugefügt, egal wie oft du dir die Hinweise anhörst. Megageil. Ist auch noch freundlich. Cool. Aber trotzdem haben wir uns hier noch nicht umgeguckt, weil ich habe ja links gar nicht geguckt. Wie die F. Ich schätze mal, das ist egal. Soll ich einen Nennweis nehmen? Eigentlich nicht, ne? Ich gehe mal rechts her. Mal gucken, was passiert. Was ist so schlimm daran, das ist ein Missverständnis, Rina. Ich habe mich nur umgesehen. Äh, ja. Ich habe mich nur umgesehen. Oh Mann, also ist echt lustig, das Game. Ich bin mir auch in ordentlich. Man sieht jetzt nicht, ich habe mir die Frage nicht in irgendjall. wie in Ordnung ist es. Und so wie ich das auch erfahren hab, kann das Spiel, äh, unterschiedlich sein. Jetzt hier Wimmelbild, am Anfang hatten wir so, bisschen so, äh, alte Spiele, so mit, äh, schießen und so. Bin mal gespannt, wie viele unterschiedliche Sachen es gibt. die wir kacke hier noch steckt nicht auf und die dann wahrscheinlich auch mehr schulden trocken die kawattelところ an reich auch machte kudass sämtel geschehen soll doch doch noch manika okko sie geschehen sei dacke gohan noch heilte iran warf sie denn das Ich verstehe. Das ist eine Frau. Und was das? Ich glaube, es gibt eine Art und Weise. Ich glaube, es gibt auch die Begründung. Es gibt eine Begründung für ein Begründung. Ich denke, es ist ein Begründung für eine Art und Weise. Okay, ich hoffe, die Rätsel werden nicht so anstrengend sein. Oh, ein Zettel, ich gebe mal hier das, äh, Buch, so, Petit. Und hier sind aus der Fassung geraten, und habe, wie ein Wahnsinn gefiel, zu viele Kosmetik, äh, Produkte gekauft. Ich muss mit den restlichen Produkten bis zum Ende des Monats auskommen, In den Fläschchen ist unterschiedlich viel drin. Ich muss die übrige Menge gleichmäßig aufteilen. Ich muss mich wieder zusammenreißen. Für mich und für mein Kind. Okay. Äh, wahrscheinlich. Ja. Da hat sie ja schon... Hier ist ein Safe. Kommen wir da ran. Ah! Oh la la. Na, das würde wahrscheinlich merkwürdig rüberkommen. Was heißt merkwürdig, ne? Wir sollen uns ja hier... Das ist ja ein Wimmelspiel. Wir sollen uns ja hier umgucken. Hier kommen wir wahrscheinlich wieder zurück, ne? Gell? Und jetzt würde ich gerne lesen. Das ist ja nicht so gut. Wie ihr und ihr. Auf dem Boden ist auch was. Da sind, glaube ich, Stäbchen und so. Können wir ja... Diese Kaffee... Ich weiß nicht, was ich weiß. Geil, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, hier sind 6, da sind 5, vielleicht. Ja, was passiert, wenn ich hier hingehe, wieder zurück, ne? Okay, lass uns mal hier erstmal hingehen, mal gucken, was hier drin ist. Ja, ich bin jetzt schon mal hier. Ich bin jetzt nicht nur ein, aber ich habe es auch nicht so, dass ich das nicht so, dass ich das nicht so. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen zu Hause, oder? Ich bin jetzt schon mal ein bisschen zu Hause, oder? Was ist das? Nein, nein, nein. Das ist ein Dvd. Was ist das? Ich verstehe, ich verstehe. Was ist das? Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir die Atrakkion nicht mehr. Die Leute hier leben, die hier sind sehr glücklich. Das ist ein Thema, aber ich glaube, dass diese Informationen nicht unbedingt an den Atrakkion. Ich glaube, was ich sehen? Nein, 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 nein! es zugeben so tun als wäre nichts ja zugeben ehrlichkeit wird am meisten noch des kann er hat man da war er ist ein akzeptor war du gehst du holt korea tor tanzakon hat sich mit der sei josh ja so ja hat das halt auch nicht gehabt da kann man nicht nichts machen amal in die siedel tor lina san die hände mir der Ok, das ist auch cool, dass man da nochmal klicken darf. Ok, wieder was, was wir herausfinden müssen. Ich schau mich erstmal so um und dann geh ich nach rechts. Ja, also Dragon Quest gibt es schon 11 Teile, also keine Sorge. Oh, hier geht es weiter. Gehen wir mal hier hin. Ok. Ok. Hes Es gibt ein paar D.V.D. Was ist das? Es gibt auch einen Sinn. Es gibt auch etwas Sinn. Oder sind das hier die Posterflächenweiser? Äh, ich geh mal wieder zurück. Ah, dieses ABC, das ist die Dings. Haben wir ein Menü? Oh, hier haben wir einige Sachen von den Charakteren. Wer das lesen will, kann Pause machen. Pause drücken tatsächlich. Das ist Frutas, äh, Zwillingsbruder. Ich glaub, die sind auch so sortiert, wie sie, äh, angezeigt worden, ne? Hier die Verschwörer und dann direkt danach kommt der andere von den Verschwörern. Ne, tatsächlich gar nicht. Die sind jetzt ja immer Stalker. Das ist hier das Idol. Pff, äh, nein, okay. Okay, nein, okay. Oh, der hier ist nice. 24. Der sieht aus wie 40 und, ne? Aber krass. Und von Alan Poe die Schwester. Glaube ich. Von den Items und so. Ich gönne mir mal einen Hinweis. Sonst blicke ich hier echt nicht durch. Was, weggeben kann ich nicht, ne? Ja. Also, wenn ich jetzt sag, hier der fünfte weg, sodass es 5,5 sind, geht nicht. 5,5. Oh, Mann. Ich will doch mal einen kleinen Spits. 4,5. 10,9. 12,9. 1,2. 2,5. 1,2. 4,5. 6,5. vielleicht ist es ja doch so simpel dass ich vielleicht das so machen 67 9 das hat mit zusammenrechnung zu tun ich denke schon das ist ja belastend tatsächlich das hier sind 20 das hier sind 40 zeichnet